11 Millionen einfach so auf dem Show, weil alle 11 Minuten, Lisa, ich hab alle 11 Millionen. 1, 2, 3, ich wollte 10 Millionen, ich wollte 10 Millionen sagen, for real. 11 Millionen. Frage, machen wir Hand. Und Verlierer kriegt die höchsten Einschränkungen, okay, die dickste. Also Leute, ihr wisst vielleicht, Gene, du bergst meine Freunde, was geht ab, 10 Fragen, wie immer, ihr kennt das Format, Schätzfragen mit Beschrafung, diesmal mit Tobi, Revanche, so leicht, das war zu leicht letztes Mal, so lange sie mich nicht aufnehmen. Abspalt. Schön aus dem Gewicht letztes Mal. Und ja, nach jeder Frage, ein Klatsch auf die Hand und wer alles verliert, kriegt eine saftige Nackenschränkungen. Wie viel Geld hat die Queen in Euro? Achso, drei. Wollen wir auf drei einfach raushauen, weil wir haben keine Handys gehabt. Die Queen in Euro, wie viel Geld sie hat? Ja. Wie viel Geld hat die Queen in Euro? Ja, süß. Und wie heißt die App, Schätzlmetzl oder so, ne? Diese App Schätzlmetzl, glaubt mir. Aber die Frage kenn ich nicht, also bin ich da schon mal? Ja, bing dir die App Kusbrühe. Ich muss, ah, die Queen, alter, die ist wie viel Geld sie hat in Euro? Ja, genau. Sie ist, sie ist, sie ist, das Ding ist Oberstein. Sie ist Chef. 300 Milliarden. aber 3 sagen wir was ok ok 1 2 3 30 milliarden 250 milliarden ich sag einfach 456 millionen dann bin ich mehr dran aber das ist guck mal wenn du mal überlegst 450 millionen eminem ist 250 millionen schwer ich sag ja das ist so wie also die hat nur 200 millionen mehr ist schon dafür dass sie so chef ist wie viele mitglieder hat parship weltweit stand 2018 parship ne das ist doch dieses alle 11 minuten ja dann sage ich alle 11 millionen auf 3 ich hatte was anderes umkommt 11 millionen einfach so aus dem job weil alle 11 minuten ich sag alle 11 millionen auf 3 1 2 3 11 millionen ich wollte 10 millionen sagen for real 11 millionen ich mache keine Ich mach dann selber nicht klar. Oh, ich will mir nicht klar. Ich will es nehmen. Loll. Hey, oh. Das ist gut. Das ist ja, Bruder. Na? Ja. Erstens. Hund crasht auf Video. Oh, hallo. Okay, Tobi findet ein, äh, zwei. Ja. Ja, ja. Dritte Frage jetzt hier, ne? Ja, auch zwar Zweiter. Wie viele aktive Nutzer hat Facebook Stand 2018? Bei Facebook bin ich raus, Digga. Hey, hast du irgendwas im Kopf? Einfach rausbleiben. Auf 3? Ja. 1, 2, 3. 800 Millionen. 300. 1,3 Milliarden. Was? Zieh richtig doll durch, wenn du willst. Zieh richtig doll durch, wenn du willst. Ah, ist egal. Kommt noch. Dritte Frage, Digga. Wie lang sind alle YouTube-Videos zusammen im Jahr 2018? Also so zusammengesch... also... Wie lang in welcher... Ja. Ja, Jahre. Ja, Jahre. Also in Jahren. 8 Jahre. Auf 3 müssen wir... Ja. Ja. Ok, auf 3. 1, 2, 3. 8, 10. 74... 74... 487 Jahre. Ey, wir waren voll da. Warte, Markus, das war alles mehr, ne? Ich hatte 10. Ey, wir waren voll da nebenbei. 2-2-Dinger. Du musst ja mal bedenken, dass das alle, oder? Der war schon ein bisschen in meine Finger hineingetroffen. Du hast gesagt. Nein, soll ja auch so. Ja, soll ja auch bestrauen. Ich weiß, ich leide. Wie weit ist der Mond von der Erde entfernt? Boah. Ein Jahr oder ich weiß, ne? Ein Kilometer. Weißt du? Ein Kilometer? Ich guck genug Weltrundokus. Wenn ich jetzt nicht falsch liege, dann... Warte, auf 3, auf 3. Warte. Lass ihn doch nur an. Nein, warte. Er wollte schon sagen. Okay, komm. 1. Warte. Kilometer, ne? Ja. 1, 2, 3. 300 Millionen Kilometer. Ich hab eine Million. Boah, ey. 384. 385? Ich guck... 385. 385. 385. Ich guck genug Weltrundokus. Ich guck genug Weltrundokus, Digga. Das haben wir schon mal. Und ich weiß es. 48? Ich sag 45. Nein, stimmt! Er hätt gewonnen. Aber er hat's schon mal. Zählt das? Ja, mach. Alles gut. Ja, 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 ja. Er ist so nett. Geschummelt, Digga. Geschummelt. Jetzt, wo du 45 sagst, leuchtet mir das ein. 3, 3. Das hattest du auch schon mal. 3, 3 mit Schummelt. Wie, das hat er schon mal? Mit Schummelt. Sicher, klar, das geht nicht. Wie lange würde es dauern, auf dem Äquator um die Erde zu spazieren? Also in Tagen. Haben wir das schon mal? Oh, genau. Aber ich schwor auf alles. Wir hatten das zwar schon mal, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich hatte das schon im Leben, aber ich weiß es nicht. Also am Äquator einmal rum. Ja, wenn du dir... Zu Fuß, ne? Zu Fuß. Dann mach ich einfach den Move jetzt. Ich sag zuerst... Wann warst du zu offen? In 80 Tagen um die Welt. Ich würde ein Ja sagen. Das ist ja nicht so wie... 557 Tage. Das war mit Ballon 80 Tage, ne? Scheiße. Ich bin eigentlich Schiss. Aber ohne Spaß. Ich dachte auch am Anfang so, diesen Film, weißt du was ich meine? Ja, genau. Da dachte ich mir so, okay, Ballon ist ungefähr so schnell. Ja, scheiße. Das war der erste Ballon halt. Das war der erste Ballon halt. Ich knall die weg jetzt. Wie alt wurde der älteste Mensch? Uh, 120 sag ich. Direkt so aus dem Gefühl raus. 120. Oder auf drei immer noch, er knallt immer noch aus. Ja, er knallt immer noch. Aber ich hatte 100... Ja, ich glaub 120 ist gut. Ich glaub er war 115. 122. Ich hab mal nämlich was von so... Es steht ja was wegen der Lanz, wann das war. Ich hab mal was von so einem Japaner oder Chinesen gehört. Ich kenn dir diesen Typen von Galileo, der so arm hoch hält. Baba am Apparati. Er heißt Baba am Apparati. Handschuhe voll verfaulen. Ich kenn... Okay. Okay. 4-4. Oh. Wann wurde die erste Toilette erfunden? Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ey nein. Ich sag nichts. Wann? Die erste Toilette. Also so richtiges, wie wir es heute kennen. Ne, ich glaub auch Plumpsklo oder so. Ich sag, auf 3. Hast du was? Ja. Auf 3. 1, 2, 3. 3, 100. 3, 100. Äh, 15, 100, 6, 100. Digga da haben die Leute... Was du gerade gesagt hast. Das war quasi da, wo Judas noch in Erdloch geschissen hat. Ja, ich dachte so. Ist das Toilette oder nicht? Ne, ich glaub sie meinte schon Keramik, richtig so wie wir es heute kennen. Nicht so ein... Weil du hast... Schuhe meine Freunde hab ich ja... Nicht wie chinesische Toilette mit Fußpidale noch so, Spülung drücken. Warte mal. So mit Fußbinderspülung drücken. Weißt du was ich dachte? Ich dachte halt einfach so, sie sagt so, ja kann doch plump's bloß sein. Ich dachte ja, vielleicht haben die da ein Leid. Dann dachte ich so, okay. Vorher saßen Leute auf dem, weißt du was der Donnerbalken ist? Du kennst Donnerbalken nicht. Guck mal, Donnerbalken war früher, da war einfach nur ein Erdloch und da war aber ein Holzbalken und da saßen mehrere Männer drauf und die haben mit dem Graben geschissen. Und das ist schon alt. Und das ist schon alt. Bestimmt so, alle in sich fest. Und das ist schon alt. Okay, Matchpoint an Tobi. Letzte Frage. Wie viele Menschen werden 2050 auf der Erde leben? Ich glaube nicht Corona. Abituriert würde ich sagen, Wahrscheinlichkeitsrechnung, das geteilte ich das? Auf drei. Nein, 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 warte. Dazu muss ich jetzt sagen, fairerweise auch für Nico. Ich will gar nicht wissen. Wir haben mittlerweile auf der Erde 8 Milliarden Menschen. Sagen wir 2005, ja okay. Okay, auch drei. 1, 2, 3, 11 Milliarden. 10 Milliarden. Etwa 9,7 Milliarden. Wir haben gerade 8,2 Milliarden Menschen. Wir haben jetzt 2021. Rechne 30 Jahre drauf. Das kann ja nicht mehr werden. Guck mal, er sagt 11. Ich habe 10 gesagt. Das sind 9. Das heißt, es sind innerhalb von 30 Jahren nur 1,3 Milliarden mehr. Das ist krank. Das ist eigentlich... Aber durch Corona ist das bestimmt alles anders. Corona hat gehen? Ja. Tobi hat mal wieder gewonnen. Spüre auf alles. Es wird eine Trilogie geben und ich werde Tobi vernichten. Ich habe aber auch ein bisschen... Ich will gerade nicht so doll durchziehen. Ich will deinen Hühnernacken nicht brechen. Ich will den Hühnernacken nicht brechen. Dann gibt es einen Hühnernacken, oder? Ja. Darf ich weitergeben? Was weiß ich. Nein, Mann. Nein, nein. Nein, nein, ich will doch. Aber warte, ich trinke vorher nur ein Glas besser als das. Wird Spiele aufgenommen? Spiele auf so... Bruder, mach jetzt! 2 Minuten später. Montagmorgen, Montagmorgen beim Orthopäden. Mein Nacken tut weh. Spiele da Penn so, so Penn. Bruder, mach jetzt! Ja, okay, komm. Die schwöre Nackenschelle ist so... Ich habe lange keine Nackenschelle bekommen. Richtig so! Warte, mach mal vorne, Bruder! Warte, mach mal so. Warte, soll ich Nacken frei machen? Wir haben einen Riedrinopf hier, Digga. Warte, mach mal so. Ja, natürlich. Digga, mach mal, das braucht ich da nicht. Ich denke, es ist schon... Oiii! Ich wollte einen Rotterklatschen kennen. Ey, komm. Trilogie die dritte. Deine Arsch gehört mehr. Trilogie die dritte. Deine Arsch gehört mehr. Deine Arsch gehört mehr, Mann. Deine Arsch geht's. Die dritte. Die dritte. Bis zum nächsten Mal.